Was muss bei euch immer vorrätig sein? Toilettenpapier. Die Bürste ist mir zu kratzig. Umwickelst du die Bürste mit Papier oder wie? Gerade die Borsten helfen doch am besten beim Arschschrubben. Ich meine, dass ich nur ungern auf die Bürste ausweichen würde, weil kein Papier da ist. Bin da vermutlich ein Sensibelchen. Aber es würde mich brennend interessieren, wie das die Leute machen, die dann nur noch Nähflasche Bier im Haus hätten. Mit dem Kronkolken abschaben? Bier. Gras. Paulaner Spezi. Aktuell sieben Kisten im Keller und vier in der Wohnung gebunkert. Unterhosen. Ich kaufe alles für mein quasi tägliches Müsli und selbstgemachte Hafermilch in Kilomengen, vor allem Koro. Dazu gehören, Jahresvorrat Haferflocken, 25 Kilogramm, Datteln, Kokosflocken, Leinsamen, Giasamen, Hanfsamen, Blütenpollen, Kakaobohnen-Nips, diverse Kerne-Nüsse, alles zu je ein Kilogramm. Honig, 10 Kilogramm, Olivenöl, 8 Liter, Kosukos. Für den Haushalt besitzte ich stets folgende Mittel. Natron, 12 Kilogramm, Essigessenz, 10 Liter, Wasserstoffperoxid, 10 Liter, Meersalz, 1 Kilogramm, selbstdestilliertes Wasser, 1 bis 4 Liter, Isopropanol, 1 Liter, Seife, 1 Liter, Stapel alter Zeitungen. Hinzu kommen allerlei gesammelte Kräuter für Tees, Pestos, und so weiter. Mehr fällt mir gerade nicht ein.